der daumen nach oben also nach richtig nach oben weiß ich nicht ich guck auf jeden fall nach oben der vier ist das wo hier draußen also da draußen also schon in die richtung der hat mich erschossen der hat geschossen und ich finde es ein bisschen respektlos deshalb wenn ich mal kurz so wie ich hin mich und dreh dich mal zur wand du musst die hände dazu nehmen ach ja genau warte posada hey ich sehe es nicht machst du gerade das was ich befürchte posada untersuchung der hat mich angefasst der hier finde ich gut ich nicht deshalb hier der kriegst mich nicht die knapp was ist das problem immer ist das wieder die anderen folge auspacken hier oder was ich wenn ich jetzt hier noch in die tür reinschauen könnte würde ich sagen die 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 das die Der war's! Der mit dem grünen Rucksack! Der da! Guck, der war's! Der da! Der da! Der! Der war's! Aua! Der! Au! Ich hab nur einmal geschlagen! Du hast mich dreimal! Hey, renne! Hab ich mich dreimal gehauen! Au! Der da war's! Der! Der da! Schlägst du schon wieder gegen einen Zaun? Geh weg! Der, der, der da! Der mit dem blauen Rucksack! Find ich gut, was hier los ist! Find ich, find ich gut! Aua! Hol ich euch bitte jetzt! Warum schlagt ihr euch? Aua! Der hat mich bekommen! Aua! Aua! Vor allem, wenn du das Ding zu schnell rumreißt, du weißt gar nicht, ob du... Aua! Fast! Bleib doch mal stehen! Ich hau Flocki immer wie deiner rein! Ich glaub, Flocki blutet rein! Auf jeden Fall! Renn jetzt aus wie die kleine miese Drecksauer, weißt du, immer von hinten ranschleißen und dann ins Kreuz boxen! Das mach ich bei Flocki auch die ganze Zeit! Das mach ich bei Flocki auch die ganze Zeit! Ja, eben! Und was geht's doch? BAM! BAM! Ohhh, Aua! 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 Das ist Rute Team! Oh, ich bin unkwürst! Alle beiden liegen jetzt da! Das ist schwierig, man. Mich gleitet Richtung... Richtung Zaun. Ja, Last Man Standing, ne? Wer hat gewollt? Ja. Ich respawn mal. Ne, brauchst du nicht respawn. Du bist doch nicht tot, du bist doch nur bewusstlos kurz. Wir haben doch nur gebrüht. Ich gebe auch kurz eine Rauchung. Ich hoffe, hier kommt keiner vorbei. Wie erklär ich dem das? Das wär's aber jetzt doch. Du bist erschossen. Ich stell mich bei den Schubmür rein. Floki ist schon wieder da? Gut. Wo ich die am meisten drüber gezimmert hab. Notest du jetzt etwa René? Ja? Natürlich. Äh, ja. Wieso ist René so schnell zu Boden gegangen? Das ergibt gar keinen Sinn. René, brauchst du die Magnum? Ja, ich brauch eigentlich alles. Ah. Ja, die Magnum kann's nehmen, die brauch ich nicht. Okay. Besonders geil war wirklich, dass Ende Floki und Milch fallen beide gleichzeitig. Äh. Ich hab... Ich bin respawned übrigens. Ähm. Echt? Ich bin nämlich genau da unten rausgekommen. Da bin ich schon wieder. Echt? Das können wir ändern. Nein, hör auf! Das ist eigentlich mit Milch. Müssen wir den jetzt erschießen oder bleibt er da am Zaun liegen? Gut, so hätten wir auch mal ne Runde Last Man Standing in DayZ gemacht. Ich kann Milch nicht looten. Ja, weil Milch nicht respawned ist, der ist nur bewusstlos. Na, der ist wieder bei Bewusstsein glaub ich. Kann auch sein. Das können wir ändern. Moment, gleich nochmal einen drüber ziehen. Also hier haben wir einen Baseballschläger. Liegt nackter. Ich hab keinen Grafikfehler. Ich hab keine Beine mehr bei mir. Was? Wo hast du Beine? Weil er einfach die Arme heben. Nein, mach's nicht. Einfach die Arme heben, dann kommt es wieder. Applaudiert für mich, ich hab gewonnen. Ja, Renny hat's verstanden. Er applaudiert. Er hat gewonnen, ja, ich weiß. Mit dem Applaudieren. Ja, der ist tot gewesen. Mit dem Applaudieren ist auch gerade meine Hose wieder gekommen. Jetzt sehen wir die Beine wieder. Der da war's, der. Der da. Was ist jetzt mit dem Char los? Jetzt haben wir wieder richtig schöne Farben und alles. Hast du mich angeschlagen, oder was? Hast du mir irgendwas gefüttert oder sowas? Nö. Dich hat nie mehr gefüttert. Du wolltest nur kaum geschlagen. Der hat einen komischen Geschmack im Mund gehabt. Echt? Ja. Ja, das könnte Blut sein. Oder vielleicht ist der Brunnen hier nicht ganz okay gewesen. Das erste Mal, dass ich wahrscheinlich Water Purification brauche. Kann natürlich sein, dass man jetzt Water Purification teilweise doch schon bräuchte. Also ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen. Aber komm mal her, ich habe Kohletabletten. Ich kann dich wieder gesund machen. Ja, ich bin noch nicht sick. Also von daher. Ah. Ah, ok. Ich bin wieder aufwacht. Der Mund bestimmt nur das Blut. Ich hoffe. Seht ihr noch Farben, oder muss jemand ein Saline-Bag bekommen? Ja, auch noch Farben. Hör auf hier! So nicht mehr lange. Au! Ich meine, das war das Eck. Er guckt. Der sieht da hinten. Au! Ich wusste es nicht. Dann nickt sie wieder, Alter. Machen um zurückholen. Auf ne Leiche schlagen ist lustig. Was? Klingt das wirklich so? Sie werden in die Hosen ausgezogen. Meine Hosen. Der Gewinner kriegt die Hosen. Sexy Boxer schaut das dran. Kann ich jetzt in den reinschießen? Warum kann ich mal jemand den Shotgun nehmen? Ist er tot oder was? Nö, ich glaub nicht. Der liegt da rum. Nur nackig. Eee! Bisschen nass jetzt. Hosen da. Floki hat die Hosen. Ich bin so wütend. Nur auf! Geh weg! Auf auf Floki! Jawohl! Wer? Floki war doch nicht bewusstlos. Der ist mit dir zusammen umgefallen vorhin. Verzieh dich! Ich bin bewusstlos. Jawohl! Das wird scheiße. Nur wir beide. Nur wir beide. Jawohl! Wer überlebt denn von euch? Macht's mal aus. Nimm mir die Hosen weg! Nimm mir die Hosen weg! Los! Klärt das! Wie lange ist man bewusstlos ungefähr? Ich glaube, ich soll jetzt zwei Minuten bewusstlos. Wieso liegt da eigentlich noch einer? Ach, das ist René, der hat Respawn gedrückt. Ja, der hat schon keine Farben mehr gesehen. Ich hab mal einfach neuer Körper gebraucht. Der hatte war schon zu eigentlich. Der hat schon keine Farben mehr gesehen. Oh! Hast du mir irgendwas weggenommen? Ich hab... Ja, ich hab meine Shotcut wieder geholt. Die hatte ich ja gar nicht. Ich hab dir deine Schuhe und deine Mütze und deine Hose und T-Shirt hierher gehauen. Und deine Axt taue ich noch her. Ich hab mal Sicherheitshaber alles vor Floki in Sicherheit gebracht. Also ich hab Milchshose mit dem Boden. Ich hab alles hierher gehauen. Du Fenner! So... Freundchen. Ich bin tot! Wer hat mich jetzt gefliegt? Keine Ahnung! Das war ich nicht! Das kann doch nicht gewesen sein! Nein, ich war's wirklich nicht! Kam irgendein Schuss von irgendwoher? Hattest du das gesehen? Dann kann es nur schamig gewesen sein. Was? Kann gar nicht sein. Hast du einen Schuss gehört? Ich nicht! Ich auch nicht. Geh den Mal lieber ins Haus rein. Wo bist du gespawnt? Du hast ne Magnum mit Munition. Weil ich die von Rene bekomme. Ja, dann hol sie mal zurück. Bevor sie weg ist. Dann komm wir da runter. Dann nehm ich wieder den Rucksack. Nimm den Rucksack mit der Magnum. Dann ist der Winzen erstmal weg. Gib mir die Magnum zurück. Wenn hier jemand vorbeikommt, ey, das sind auch nur Leichen. Ich verzeih ihn nicht mehr. Muss auf den Kopf schlagen, ne ich. Du hast was zu nehmen, echt? Die ganze Zeit ist hier nur grau dazwischen drin, dann haben wir Winzen. Was ist jetzt wieder? Also ihr Rucksack weg? Was ist alles gesagt? Ich hab die Magnum. Ja, warte. Aua. Ja, super. Das war ein Schlag auf den Kopf, ey. Du klittest gerade Richtung Container. Ähh. Gut. Das ist Floki heute zweimal gestorben. Nicht dreimal schon? Dreimal? Warte. Einmal erschossen, zweimal erschlagen. Hast du zweimal erschlagen? Ja. Einmal von Milch. Und jetzt hier das zweite Mal. Milch hat dich erschlagen? War das? Als du mir die Beine gebrochen hast. Ne, hab ich dir in den Kopf geschossen. Oh, halt so. Aua. Ich hab dich zweimal erschossen. Oh, jetzt hab ich's verraten. Hätt das nicht verheimlichen können. Ich hab das einfach nur das Video anschauen müssen. Ja, es hätte aber gedauert, bis es kommt. Es sind nur so viele vorher, bis dahin hättest du das Thema wieder vergessen. Und diese für ein drittes Mal erschossen. Ich glaube ich werde mich mal hier an der Ecke ausloggen. Häusern ausloggen ist immer gefährlich, ne? Wenn du einen Boden spawnst, dann hast du den Scheiß. Ja, dann... Hast du dir den Rucksack von Floki jetzt? Jo. Aber ein bisschen außerhalb der Stadt, sonst sind wir das nächste Mal gleich wieder tot. Ja, ich bin jetzt da drüber, gerade raus. Ja, genau, da kommt der hin. Da hinten kommt einer. Kann bloß Floki sein. Ich hab dich ja fies sehen, komm. Fuck you. Der rennt. Aber der haut mich! Erschieß ihn! Hör auf! Nein! Jetzt bin ich wieder bewusstlos! Mann! Ich hab die Waffe gerade draußen, wenn ich mich echt erschießen wollte. Oh Mann! Du nicht, Floki! Nein, ich tu mir! Nein! 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 Ich hab genug Tote! Ja! Obwohl, irgendwie war es immer der gleiche. Aber... Ey, Renni, ich hab mir mal die Shotgun Munition jetzt genommen. Ja, ja! Alles andere! Ich hab... Ich... 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 Also, ich log nicht an dem Platz raus hier, oder? Also, wenn du bewusstlos bist, auslocken ist gefährlich. Ich bin wieder da. Äh... Du hast zu viel 357er Munition. Ich kann dich immer noch looten. Ich bin in deinem Inventar drin. Jetzt bist du weg. Schade. Ja, ich hab genug Munition und sowas dabei, für Zeugsflüsse kann ich nicht haben. Was sind denn das für ne grüne Packung, die du da hast? Also nicht die 357er, sondern die Länge hier unten. Im Rucksack. Das ist... 7,62 x 39. Ah, das ist... SKS. SKS. Focky schon wieder gespawnt? Jo. Wieder bei uns? Ne. Das war nicht schön. Neh, mir glaub den Baum hier vorne. Ja, der Busch hier ist groß. Das ist ein Baum. Das ist ein Busch, oder? Ja, ein Baum. Schnell raus bevor ich wieder... ...verwuchslos werde. Hahaha.